Und einmal mehr ist die Feuerwehr wieder mal dabei beim Faschingsumzug der Kleinen Zeitung. Und die Sigi Maurer, die ist glaube ich bei einem Einsatz jetzt, ganz aktuell dabei. Ja, ganz aktuell dabei. Es brennt, es brennt. Und die schlagen sich aber trotzdem gut, die Florianer Jünger aus St. Stephan Obsteins, aus der wunderschönen Weststeiermark. Denn die sind, man sieht es ja, mit einem Traktor angereist und mit lauter Scheibdruhen. Ja, ja, die Wirtschaftskrise hat halt auch bei der Freiwilligen Feuerwehr zugeschlagen. Und das ist extrem mühsam, kann ich mir vorstellen, so einen Brand zu löschen, oder? Ja, so einen Brand ist ausgesprochen mühsam zu löschen. Das heißt, die Wirtschaftskrise hat die Feuerwehr schon voll erwischt. Und unsere Feuerwehr in St. Stephan Obsteins ist natürlich schon gerüstet. Aber wir haben schon die Zukunft gedacht. Und das heißt, es ist dieses neue Einsatzfahrzeug mit einem Achtsitzer, mit allen Gerätschaften. Das heißt, die Feuerwehr ist einsatzfähig und schlagfertig. Ja, das ist gut so. Allerdings, man sollte dann schon zwei Tage vorher sagen, übermorgen wird es brennen, damit es ja auch rechtzeitig kommt. Genau richtig. Da haben wir schon vorgesorgt, das heißt, wir haben das da hinten schon beschriftet. Das heißt, wir sind pünktig am Einsatzort, wenn Sie rechtzeitig anrufen. Das heißt, auf der Feuerwehr ist ein Verlass. Was mir auch sehr leid tut, ist nämlich, Sie haben nicht einmal mehr richtige Feuerwehrhelme. Sie müssen sich da mit ehemaligen Fußbällen und so behelfen. Ja, das ist einfach so gedacht, das gibt ja verschiedene Kopfgrößen bei der Feuerwehr. Und dieser Ball, der ist eben flexibel. Das heißt, die brauchen nicht so viele Bälle, das kann jeder verwenden. Und das ist eigentlich der Hintergrund unserer neuen Ausrüstung. Toll ist aber, dass wenigstens da noch alles stimmt, ja, bei Ihrer Auszeichnung auf der Seite. 24 Karat, immerhin. Also so schlecht kann es der freiwilligen Feuerwehr nicht geben. Wieder eine gehörige Portion Kritik mit verpackt. Wenn die schon im Einsatz sind, die Mannen der Feuerwehr, dann sollte da auch die politische Unterstützung dabei sein. Wie heißt es so schön, da gibt es einen alten Spruch, der heißt, von Kindern und Norden kannst du die Wahrheit erfahren. Genau. Und genau darum geht es ja um die Wahrheit, um sie groß und gelassen auszusprechen. Aber ich würde sagen, die kommen aus der Weststörnmarkt, denn dann kann man nicht alles glauben. Die kommen aus der Schilcher Gegend. Ich glaube, die können auch einen Brand löschen, auch wenn sie vielleicht zwei Tage vorher nicht wissen, was in zwei Tagen passieren wird. Die Frage ist, womit sie, ja genau, diesen Brand löschen. Ein paar Fasseln findet man da sicher noch in irgendeinem Weinkeller. Es ist zum ersten Mal dabei übrigens die freiwillige Feuerwehr und nicht die einzigen Feuerwehrleute, die heute hier mitmachen. Also ich hoffe, es brennt nicht in St. Stephan Obsteins, weil die sind alle da. Gut aufgelegt, gut geschmückt.